HALOCHER LEUTE, ich heiße euch, willkommen zu einem neuen Super-Bing-A-Random-Flash-Game, diesmal mit Little Mosquito, einem Spiel mit Texts, die sehr, sagen wir mal, interessant sind. Wir scrollen mal runter, wir haben, okay, wir haben Funny, Bloody, Sexy und Gross. Das sind ein paar Texts, die sehr gut zusammenpassen und ich dachte mir, dass das sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Okay, und wir, ach du Scheiße. Wie siehst du aus? Okay, wir starten einfach mal. Wir sind ein Mosquito, wir müssen mit dem Falltaste rumfliegen, dann müssen wir die Münzen sammeln, die sehr viel mehr 3D sind, als sie sein sollten. Und hey, wir haben Münzen gesammelt, shit. Nein, wir dürfen nicht vom Wasser berührt werden und dann müssen wir irgendjemanden finden, den wir ausschlürfen können. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der danach, geradezu danach schrägt, von mir ausgeschlürft zu werden, Lady. Ah, okay, dann müssen wir Leertaste drücken. Nein! Oh, großer Gott! Warum tust du nichts, Lady? Und erlasse dies? Oh, ich kann dich auch an der Stirn, aber das ist langweig. Nein, wir wollen hier aussaugen. Hier, saug das Blut aus. Nein! Was? Mein Blutspeicher ist voll... Nein! Achso, da hinten ist alles ausgesaugt, okay? Lady? Jetzt kommt deine Stirn dran, ich hoffe, du bist bereit dafür. Ich bin sowas von bereit. Na, 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 na. Flieg! Gott sei Dank. Ah! Okay, 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 wir haben es gleich geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben sie ausgesaugt. Du bist voll mit Blut. Geh renn nach Hause zurück. Okay, dann tun wir das. Geh renn nach Hause zurück. Wo ist mein Zuhause? Da? Bist du mein... Du bist mein Zuha... Äh, okay. Gut. Weiter. Habe ich denn coole Upgrades bekommen? Was... Ah, okay. Hey, Wings, Buddy, Dart, Reflexes. Ja. Wings für... Äh, bessere... Da komme ich besser um den Kopf. Und shit. Mit Buddy kann ich mal Blut mit mir herumschleppen. Mit Dart kann ich schneller... Ach so, das ist schneller ausschlürfen. Ich glaube, wir wollen schneller schlürfen. Dann wäre er schneller schlürfen. Der ist auf jeden Fall ganz gut mit dabei. Level 2. Was haben wir hier? Oh, der ein seltsamer Typ, der grillt. Na, warte, bist du was von ausgeschlürft, Kollege? So was von... Au. Ausgeschlürft. Okay, mein Blut ist voll, wie es aussieht. Bring das Blut zurück. Oder ist die Stelle leer gesorgt? Das kann auch sein. Okay. Sollen wir mal nach ein paar Münzen? Ah, ich will nicht in den Schritt von diesem Typen fliegen. Will ich halt echt nicht. Das ist... Das ist kein schöner Gedanke. Wie er aussieht. Irgendwas stimmt mit dir nicht, Alter. Jetzt wirst du ausgeschlürft, mein Freund. Yeah. Ah. Schlürft. Shit. Wo schlürfe ich jetzt weiter? Äh. Entschuldigung. Ah, da links geht's. Oh, fuck. Nein. Nein. Nicht reingesaugt werden, Mücke. Nein. Okay. Du hast gerade noch überstanden. So knapp. So, wir haben zwei Münzen. Oh, Gott. Ich will gar nicht wissen, was du da hast, Herr Frankenstein. Ich will es gar nicht wissen. Aber es sieht nicht aus, als ob es mir... Ich meine natürlich Frankenstein-Sponsor. Du bist nicht Frankenstein. Du verzeiht mir diesen Anfängerfehler. Verzeiht mir diesen Anfängerfehler. Wir alle machen irgendwann mal Fehler. Ähm. Bro. Bro, was machst du da, Bro? Au. Nein. Die Fledermaus hat mich. Okay. Okay. Gehen wir zu dem Zombie. Schlüff, 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 schlüff. Huh. Schlüff, 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 schlüff. Yes. Jetzt sein Ohr. Mmh. Dieses köstliche Öhrchen. Absolut köstlich. Okay. Und damit die letzte Münze. Und der Typ ist sowas von leer gesaugt. Der wird so schnell niemanden mehr... äh, mit, 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 ähm, belästigen, weil er anwesend ist. Der wird ja so schnell nicht mehr. Okay. Was haben wir denn hier oben? Hier haben wir das Teil. Und. Yeah. 90 Blut eingesammelt und 11% Nicht-Benutzt-Energie. Wundervoll. Wann können wir denn schönes upgraden? 100 Punkte. Wir wollen besser darten können. Yeah. Warum kann ich... Oh, wir machen nochmal. Alter. Seht ihr das Teil? Ich bin der Hardcomic, Alter. Auf zur Ampel. Ich meine die Stadt. Ich... Ich habe so meine Theorie, was das für eine Flüssigkeit ist, aber... Äh! Wir sind durchgeflogen. Mücke, es tut mir leicht, dies zu sagen, aber du bist jetzt auf ewig... Ach, komm schon. Muss das sein? Oh. Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön. Mach doch sowas nicht. Kann ich auch... Oh, den Typ kann ich auch ausschlürfen. Es geht ab. Du pankt der... Oh Gott, wer seid ihr alle? Ihr seid sehr seltsame Leute, alle. Okay, wie komme ich da an die Münze? Das wüsste ich gar nicht. Ich meine, ich weiß nicht, was die mir bringen, aber ich würde gerne ran. Ah, so komme ich ran. Wundervoll. Damit haben wir... Drei Münzen? Ich glaube schon. Ich will... Ich frage mich, wie du mich weghauen willst. Au! Okay, so. Du... Du... Achso, du hast ja noch eine zweite Hand frei. Aber natürlich, du bist so ein wilder Rebell, der nur eine Hand braucht. Die Ort. Und du, Lady? Oder was auch immer. Okay. Jetzt die Hand. Was willst du gegen die Hand machen? Nein! Okay, wir haben sie wirklich überstanden. Okay. Damit haben wir fast alles eingeschlürft, Leute. Jetzt will nur noch der komische Typ, der am Boden liegt und da rumliegt. Und hier haben wir doch irgendwo noch eine Münze. Oh Gott. Nicht in die Abgase. Äh? Wie kann der sich eigentlich wehren? Was ist denn mit dem los? Warum kann der sich noch wehren? Ich meine, er liegt hier und wird angepinkelt. Warum kann der sich noch zur Wehr setzen? Was ist los mit dem Typen? Ich werde es wohl nicht verstehen. Und hey! Nur 39% Energie verbraucht. Und wir machen uns bessere Flügel. Noch bessere Flügel. Alter, das nenne ich mal Flügel. Okay. Letztes Level schon? Okay. Oh, sein Kinn. Ach du Kacke, das sieht. Was ist das? Steht ihr? Oh. Ich mag das Design der Füße. Warum bekomme ich Schaden, wenn ich an deinem Popo vorbeifliege? Ups. Nun tizza mich selber. Fliege nicht in die Glühbirne. Und Alter, bin ich schnell unterwegs? Oh Gott, nicht in die Glühbirne. Ja. Ja. Ganz vorsichtig, kleine Mücke. Ganz vorsichtig, das ist eine gefährliche Welt. Schicker Arm, Alter. War eine Lüge. Das ist nämlich kein Arm. So, der Typ hier unten, der kann sich bestimmt auch noch zur Wehr setzen. Ja. Ja, kann er. Alter. Alter, wie? Ja. Ich finde es erstaunlich, diese Leute, die sind alle halb tot, aber ihre Energie reicht immer noch aus, um sich gegen mich zur Wehr zu setzen. Da muss man Prioritäten setzen. Alle anderen Körperfunktionen sind egal, aber wenn die Mücke da an dir schlürft, dann musst du dich schon zur Wehr setzen. Wo kommen wir denn sonst dahin? Ja. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich hier alles das Blut ist, das du ausschlürfen willst, liebe Mücke. Vor allem das hier nicht. Ja, das ist das nicht schön. Okay, machen wir sein Kinn. Hey, Alter. Schickes Kinn. Gib dir Mücke einen Kuss. Mmh. Ja. Und jetzt dein, wirklich das Baby. Oder was auch immer das sein soll. Okay. Hey, wir haben alles eingesammelt. Was bedeutet, wir worpen uns zurück. Äh. Warp. Warp. Kann mir noch nicht. Ich habe irgendwas vergessen. Mmh. Was habe ich vergessen? Okay, hier an deinem... Ah, an deinem Knie. Na gut. Wenn das Knie auch noch genug Blut für uns auf Lager hat, dann wollen wir das natürlich mitnehmen. Wer wäre ich dann, wenn ich dieses Angebot ausschlagen würde? Okay, wundervoll. Und dann müssen wir irgendwie ans Ziel kommen. Und. Yeah. Ein erfolgreicher Ausflug für eine Mücke. Congratulations. Yay. Kann ich weitermachen. Ich würde nämlich gerne noch die paar Münzen finden, die mir noch fehlen. So. Klar. Gib mir einen besseren Körper. Alter. Seht ihr die Mücke? Die ist langsamen Hardcore unterwegs. Okay. So. Shit. Kann ich nicht sehen, wo mir noch was fehlt. Äh. Moment. Ich weiß, wo mir noch was fehlt. In Level 1 habe ich nicht alles eingesammelt. Da fehlt mir die Münze hier unten. An die man ganz leicht rankommt, wie mir scheint. Gut. Level muss ich jetzt noch abschließen, oder? Okay. Hier hat was gefehlt, oder? Ja. Hier hat irgendwo eine Münze gefehlt. Ich weiß auch nicht wo. Wahrscheinlich bei den Abgasen unten. Das ist auch keine. Hä? Ah. Da ist die Münze. Okay. Dann schliffe ich mal aus. Okay. Wie es so aussieht, haben wir alle Münzen eingesammelt. Und es hat uns absolut gar nichts gebracht. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber... Doch schon. Doch schon. Und das ist die letztendliche Bücke. Hurra. Weil mir kommt nichts... Wofür war die Münze überhaupt gut, wenn ich nichts dafür bekomme? Ich... Ich bin sehr enttäuscht von dem Spiel damals. Little Mosquito, welches die Text sexy hat. War sehr sexy. Muss ich schon sagen. Und das war ein super Wigel-Ratat-Flash-Game. Gute Nacht. Wigel-Ratat-Flash-Game